Ein Trauerfall ist ein tiefer und auch schmerzvoller Einschnitt im Leben. Wir, der Bestattungsdienst Felden in Tübingen, begleiten Sie vor, während und auch nach diesem schweren Verlust. Wir unterstützen und entlasten Sie bei allen Entscheidungen ganz nach Ihren Wünschen. Wir ermöglichen Ihnen alle Arten der Bestattung, klassisch in Form der Erdbestattung und Feuerbestattung oder auch ganz alternativ, zum Beispiel in Form der Sehbestattung oder Diamantbestattung. Wir geben Ihnen Halt, immer dann, wenn Sie loslassen müssen. Kontaktieren Sie uns. Wir sind für Sie da.